Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Blankwolf. Hallo. Hallo. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das Dragonheart, das ich so gekonnt ignoriert hatte, nachdem ich den Ender Dragon getötet habe. Ihr werdet nicht erraten, wo wir das gefunden haben, oder wo ich das gefunden habe, am World Spawn. Ah, wie ich vermute, du hast durch das Portal gefallen. Ja. Ok, jetzt sprengen wir das Ding in die Luft. Ah, so, als es sich aktiviert ist, schmeißen wir die Draconien Thorste da rein. Hast du gerade das Herz aufgesammelt? Vielleicht, aus Versehen. Ok, warte. Versuchen wir es nochmal. Einmal auf Anfang bitte. Flup und Flup. So, mit Begrüßung. Hi. Ok, neuer Versuch. Wir sprengen das Ding. Puff. So, jetzt ist es aktiviert. So, jetzt schmeißen wir die 18 Draconien Korste da rein. Da rein? Ah. Und platzieren jetzt ganz fix vier von den Charged Draconien Blöcke. Wo sind die? Sind die Korste? Hat er die? Sind die weg? Ja, der hat die eingesaugt. Ok. Geht was? Hier wird schon was passieren. Es dreht sich und... Fummelt irgendwas mit den Blöcken. Echt? Also ein Partikel-Effekt. Ah, die sehe ich nicht. Gut, dann mach da. Au! Ah, hast du. Erwecken Draconien Blöcke. Achso, und das zerstört das Herz oder wie? Nein. Das ist jetzt die erweiterte Form der Draconium Ors. Äh, Herze, Ingots. Daraus kannst du viel bessere Tools herstellen. Das war nicht die Frage. Die Frage war, hat das jetzt das Herz zerstört? Ja, das Herz ist weg. Hm. Das geht dabei verloren. Deswegen kann man den Drachen wiederbeleben, falls man noch mehr Blöcke braucht. Ok. Könnte man dann nicht die Blöcke theoretisch schon vorher platzieren? Einfach ganz viele? Nee, du kannst maximal pro Herz vier Blöcke. Das sind 36 Ingots. Das ist ja irgendwie Geschiss. Gib mal her. Oh, alle weg. Oh, ich hab noch zwei. Cool. Ja, wir brauchen nämlich so ein Schwert. Genau, wir brauchen nämlich eigentlich Mob Souls, weil wir den Drachen wiederbeleben wollten. Draconic Schwert. Ich crafte mal fix neue Draconium Blöcke. Ähm. Wyvern Core, Wyvern Core. Wyvern Core und Wyvern Core. Achso, wenn du schon dabei bist, dann könntest du ja theoretisch, ähm, in den... Ach ne, die können wir nicht machen, dafür brauchen wir die Mob Souls. Haha. Ähm nicht. So, ich geh nochmal die Blöcke aufladen. Nachdem wir die aufgeladenen, äh, verbraucht haben. So, wir klauen deinem System jetzt nochmal vier Millionen RF. Ja, hau rein. Haha. Da wirst du nicht gefragt. Das wird einfach getan. Hast ja wieder zwei Millionen. Äh. Sag mal, hast du mir die Cores aus dem System geklaut? Ne, die hab ich im Inventar. Ne. Upsies. Auf mir Sachen zu unterstellen. Ne, 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 ne. Vier Wyvern Core, ein... Vier Wyvern Energy Core. Ein Wyvern Core. Uh, äh. Ach, komm. Ein Stack davon. Ein Stack davon und gut ist. Deck von was? Wyvern Core und Wyvern Energy Cores. Ach so. Okay, einmal den. Einmal den. Und so. So, Draconic Sword. Bam. Wie viel RF nimmt der? Zehn Millionen Peanuts. Ja. Du musst halt noch aufladen, ne? Ja, hab ich schon. Ach so, wie denn? Ach so, hier ist ja auch einer. Haha, gar nicht gesehen. Blitzmerker. Aber von dem kann ich nicht einfach mal so vier Millionen AF klauen, ohne dass es auffällt. Ach du scheiterst, du ein Schwert in der Hand. Siehst du das überhaupt? Ja. Ein riesen Knüppel? Au, nein, 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 nein. Ja, das... Du hast es noch nicht aktiviert, oder? Hör auf! Wollen wir das nicht noch aktivieren mit Shift-Rechst-Klick oder so? Ne. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Es gibt einen Key, mit dem du auf das Inventar zugreifen kannst von dem Ding. Musst mal gucken. Ja, ich schaue gerade, welchen ich eingestellt hatte. Da kannst du glaube ich auch den AOE-Schaden einstellen. Das war's nicht. Oh, auf was hatte ich denn denn gelegt, ist die Frage. Ach ja. Ist das eigentlich schon ein Draconik-Bogen oder was ist das? Äh, ja, ist das... Jetzt weiß ich wieder warum, mir hat es ja die Configs gelöscht. Was? Durch das Update. Oh. Ja, vielleicht sollte man die Configs einfach mal einmal exportieren und dann kann man sie wieder importieren. Hopp. Hahaha, left the game. Crash. Oh, oh. An error cured. No shit. Versuchen wir das Ganze nochmal. Achso, dich hat das nur aus der Welt gehauen? Ja. Ach, na immerhin. Ich dachte, das ganze Spiel ist gecrashed bei dir. Ne. Oh, ich kann in deinen Kopf reingucken. Ja, ich kann jetzt zu 100% sagen, Alex ist hohl in der Birne. Au. 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 Hör auf. Das dauert mir zu lange. Nein. Ah, ich bin gewissart. Hör auf, Alex. Ah. Ah. Nein. Alex will mich töten. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wieso? Du kriegst meinen Skin nicht. Hahahaha. Den will ich auch gar nicht. Ich werde zu einem Block. Bist du gerade ein fliegender Slime? Nein, ich bin ein fliegender Erdblock. Ah, du bist ein Candrel Knight. Nein. Oh, wie schön. Du hast anderthalb Herzen. Hör auf. Hör auf. Geh weg. Oh. Äh. Jo. Nee, nee. Komm nicht mehr rein. Ich kam raus, aber nicht mehr rein. Eigentlich müsste ich ja hier runter passen. Äh, äh, äh. Bist du zu fett? Der Wolf hat einen dicken Hintern. Einen? Der hat mehrere dicke Hintern. Der ganze Typ ist ein Arsch. Geh mal sterben. Nee, lieber nicht. Du kriegst mich doch eh nicht. Ich könnte dich töten. Na komm her. Das wäre ganz einfach. Aber ich dachte, du kommst nicht an mich ran. Hier ist schlecht mit verstecken. Äh. 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 Wegen dir muss ich jetzt meine Base wieder schön machen. Wieso wegen mir? Weil du so flüchtend bist. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Machen wir hier wieder zu. Das können wir alles einsammeln. He, hier hat sich überall Steine zerstört. Wo die Explosion durchkam. Äh. Hier wieder zu. Und Breue hat sich eigentlich gut zu på. Hier wieder zu. teach clean. Lecker unter. Be Na, findest du mich oder findest du mich nicht? Ich hab noch nicht aktiv nach dir gesucht. Aber dieses Versteck ist nicht gut. In der Tat, das ist es nicht. Ah, du hast einen Ender-Mini. Scheiße, da kommt er auch überall durch. Soll ich dir noch was sagen? Verdammt! Achso, das ist der komische Go-Dem, den ich gerade angestumst hab. Wenn du den killst, kill ich dich. Nein, ich hab ihn nur... Jetzt ist ein Loch gefallen. Ich glaub, das ist vorgesehen, dass er da reinläuft, oder? Wo? In das Loch hinter deinem Ofen. Ja, muss. Du könntest mir übrigens meinen Sprinkler wiedergeben. Den hab ich nicht, oder hast du ihn abgebaut? Den hab ich semi-abgebaut. Den hab ich nicht. Ich hab meinen Magnetband... Nein, ich hab den nicht. Doch, ich hatte den aus Versehen abgebaut, wie du dran standest. Der muss in deinem Inventar sein. Ist er nicht. Alex, der ist nicht in meinem Inventar. Der muss in deinem Inventar töten. Für Mob-Souls. Erst will ich noch einmal kurz in meine alte Base zurück. In deine alte Base zurück. Ich hatte nämlich noch einen ganzen Haufen Achievements. Quatsch. Enchantments war das Wort, das mir gerade nicht einfiel. Haufen hier rum zu Partikeln. Ach, du spielst mit Partikeln? Ja. Schade. Auf decreased. Echt minimal, aber decreased. Wie deine... Falsch. ...einfach gerade verschwunden ist. Portal. Wo bist du denn? Ich bin immer noch hier irgendwo. Ach, da ist er. Hi. Dieser fliegende Silberfisch ist voll irritierend. Wieso? Findest du nicht gut? Irritiert mich halt irgendwie. Also. Die Potato. Seid ihr? Gott, ich hab inzwischen drei Potato Guns. Das ist der Never. Äh, der... Der Ender Dragon. Hier ist das besser. Au! Nein! Ah! Ich glaub, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder zurück verwandeln. Warum? Weil mich das nervt. Du hast so langsam einen Sinkflug. Ah! Weißt du, welchen Mauf ich ausprobieren muss? Welchen? Warte mal, wo wir umstellen? F5, ne? Ja. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Guck mal, da stehen. Guck mal. Guck mal, da stehen. Ich will mich, ich will mich dir auf den Kopf setzen. Hahaha. Oua. Guck dir meine Beinchen an. Hahaha. Ja, ja. Lügen und Blankwolves haben kurze Beine. Drei. Äh. Aber am besten ist der Endermini, find ich ja. An der Größe her. Hast du mich in die gleichen Lücken rein wie der Silberfisch? Njung. Oh. Was heißt die? Djung. Oh. Au. Njung. 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 Ich bin der Doppel-Effekt. Njung. 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 Hör auf! Au! Hast du wieder... Nein! Haha, geschwächt. Ich hab schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Okay, dann stellen wir mal fest, der Knopf von Baconic Evolution ist der Insta-Crash-Knopf. Das ist der Insta-Server-Kick-Knopf. Als Ender-Mini müsstest du hier durchfallen können, ne? Keine Ahnung. Guck mal, ja. Ich glaube ihm nicht schon, dass er da durchpasst. Uh. Uh, 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 komm mal mit, ich muss mal was testen. Aber nicht an mir. Doch, bitte. Nein, warum? Aber jetzt nicht, dass du den gecharged hast. Gecharged war der schon. Lebt hier irgendwo was? Ja, da lebt was. Oh, 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 oh. Ist es Nacht? Ja. Ja. Aber nur in der Nacht raus. Komm mal hier hoch. Ah, Skelett! Weiter hoch, weiter hoch. Bist du denn? Heißt, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Ach, da bist du ja die Fledermaus. Werde mal zur Höllenfledermaus, bitte. Ne, dann krieg ich ja Schaden. Ne, dann kriegst du Insta-Death. Noch besser. Okay, Moment, ich muss nochmal kurz in die Base. Was? Hast du grad diese kleine Explosion da verursacht? Vielleicht. Äh. Au. Au. Die Fledermaus kriegt Pfeile in den Hintern. Find die Fledermaus gar nicht nett. Aber nicht ein, ein halbes Herzschaden gehabt, ne? Also bis hier. Ja, kam mal hoch. Gleich. Äh. Sofort. Ich sollte vielleicht mal wieder die, die... Ja. Äh. Das sind Bäume. So. Wo bist du denn? Äh. Schwierig, ne kleine Fledermaus zu finden. Ähm. Warte. Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Hallo. Ah, hi. Halt mal schnell. Oh nein. Äh. Äh. Ist das die Explosion? Au! Was war das? Mein Bogen. So, und warte mal. Warum explodiert dein Bogen? Ähm. Das gibt's. Hier zum Einstellen. Achso. Ja, los. Jetzt müssen wir Monstersehnen sammeln. Oh, vier Stück. Moment. Eine Sache will ich noch testen. Ach man, du Penne, jetzt bist du abgehauen und mein Bogen ist leer. Ja. Ich war schon die ganze Zeit hinter dir. Hallo Zombie. Haha. Das brauche aber ganz schön Saft. Warst du das gerade mit einem Creeper? Das war ich nicht, das war der Creeper. Nicht ich. Wage es nicht, meine Base zu beschädigen. Nein. Also in Theorie. Yeah. Ich habe zwar das falsche Portal gesetzt, aber yeah. Ob ich denn jetzt schon wieder hin? Es wird Tag, ich muss mich wieder zurückziehen. Kannst du in meine Base gehen? Nee. Ah, ich komme nicht rein. Monster. Hilfe. Monster. Monster. Creeper. Oh. Oh, ein Creeper mit Schleifchen. Oh. Oh, ein Zombie mit Geschenk auf dem Kopf. Ähm. Bin ich wieder in deiner Base. Stunden später. Ich habe zu viele Morphs. So. Ich habe gerade gesagt, verdammt, ich habe zu viele Morphs. Okay. Wo bist du? Striking Rav in der alten Base. Achso, warte mal. Gibt es dir ein Portal dahin? Ja. Das einzelne. Das... Gelbe? Ach nee. Das roter. Das rechte. Ähm. Guck mich an, bin ich nicht hübsch. Awww. Okay, was für ein Schaden. Ich finde den irgendwie besser. Guck mal. Alex. Der ist doch geil. Magic Bad. Was machst du da? Geanten. Ähm. Guck mal hier in die Diamond Chest. Abgeantet für dich. Danke. Und... Achso. Daraus machst du dann... Erfahrung. Mhm. Boos. Waffen. Mehr Boos. Wieso, 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 wieso schiebt er die da grad nicht rein? Er müsste die doch da reinschieben. Jetzt in dem Zustand. Hä? Wie? Wart, wo, wann, wer? Na, er müsste doch jetzt hier da... Oder warte mal, ist der hinten nicht konfiguriert? Achso, der ist ja voll. Ja, der ist voll, weil er keinen Saft hat. Äh. Warum hat er keinen Saft? Ist schon klasse, dass hier ne Energiekabel lang geht, ne? Aber... Ja, aber hier läuft nirgends Strom lang, du Genie. Ja, das habe ich schon gesehen, dass es da unten aufhört. Was ist denn da drin? Ach. Deine Buchs. Ja. XP Boost. Äh. Was ist denn Wrecking? Ich hab keine Ahnung. Oh, da gibt's ein Reading Enchantment. Ja. Aha. Kann man damit besser lesen? Oh, da gibt's ein Reading Enchantment. Ich hab keine Ahnung. Multishot. Funktioniert zumindest nicht mit dem Buch hier. Knockback, Infinity, Implosion. Wirkt gut. Ah, das hast du aufm Bogen drauf, ja? Implosion. Ne. Glaub ich nicht. Ich glaub, das kann der Bogen von Haus aus. So. Mein Schwert ist bereit. Educational... Disarming... Capitalist ist auch ein witziges Enchantment. E.K. Corruption, wie sowas ist Capitalist? Ich hab keine Ahnung. Aber ich find den Titel witzig. So. Autosmeld 1. So. Wo bist du hin? Ich bin jetzt wieder in der neuen Base. Und guck mich um, ob ich irgendwo Mobs finde zum töten. Wieso? Du kannst so den Mobspawner anspawnen. Und die Uhr ausmachen. Ähm. Ich müsste dann wahrscheinlich eher erstmal die Dingsis ausschalten. Die Mobgrinder. Ja. Die auch. Äh. Okay, Jungs und Mädels. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir die Seelen haben. Bis gleich. Tsch. Mitt Uhr. Hallo, lü. Ich bin wieder da. Hallo, lü. Der Herr Blankwolf natürlich auch. Well. Okay. Ähm. Wir haben inzwischen alles soweit eigentlich fertig nun. Mehrkommun. können. Oh, der hat einen geilen Mut, Sekunde. Den möchte ich noch schnell töten. Mit den Hut. Komm her. Komm her. Wie viel speichert der? 4 Millionen RF, damit komme ich nicht weit. Ich mache mir nämlich gerade noch so einen Capacitor von Thermal Expansion. Warum? Weil das Schwert und der Bogen, also das Schwert zumindest, extrem schnell, ne, der Bogen zumindest, extrem schnell saftlos ist. Da würde ich auch von Draconic Evolution das Ladegerät empfehlen, weil das ist fast viel mehr Stroh. Okay. Ja, RF, mal gucken, wie heißt denn das Ding? Äh, hmm. Beiwand Flux Capacitator zum Beispiel. Schaue ich gleich mal. Ich weiß gerade nicht, wie viel der fassen kann. Aber steht ja dann bei, äh, NEI dabei. Und natürlich der Draconic Flux Capacitator, der natürlich besser ist. Hm, wo sind denn die Dinger? Äh, ich sehe die gerade gar nicht über NEI. Doch, ne, Color of Pain von Forbidden Magic, das ist aber noch was anderes. Immersive Integration. Ach, da ist er doch. Flux Capacitator. Also der, der Draconic, der fasst 250 Millionen, RF. Ich sehe hier Zeug von Mechanism. Kannst du der Draconic einfach eingeben? Mach ich jetzt auch. Also der Weiwarn hält 80 Millionen. Und der Draconic Flux, also die höhere Stufe, hält 150 Millionen. Dafür brauchst du wieder diese Erwägten Draconium Ingots. Boots, Blend. Und Energy Cores, ich weiß gar nicht, ob du dafür genug Ingots hast. Durchrechnen gebrochen. 8. 16. Äh, Quatsch, 4. 80. 10, genau. Ähm, und Awakened Core nochmal 5. Also du brauchst 21 Ingots. Awakened, Draconium, Ingots. Falls du die noch hast. Ich sehe den Capacitor gerade gar nicht. Ich schaue hier rum. Äh, der ist neben dem Kristallbein. Das sieht aus wie so ein Schraubschüssel. Äh. Moment, ich hatte ihn eben schon mal und hab ihn mir angeschaut. Äh, rechts vom Draconium Ingots. Ein paar Items weiter. Oder... Oder... Ach, diese Dinger, okay. Genau. 250 Millionen RF. Nein, du brauchst 21 von den Awakened Draconium Ingots, um den Draconium Flux Capacitator zu bauen. Er hält eine ganze Menge Strom. Ne? Immer nur so nebenbei. Äh, dieses Ding. Wollen wir doch einfach mal drei davon. Drei davon. Müsste einer hiervon sein. Ne, da fehlt noch was. Wyvern Flux Capacitor fehlt mir da noch. Zack. So. 250 Millionen RF. Bam. So, jetzt muss ich einmal bei mir in die Energy-Ecke. Oh, das Ding saugt aber richtig. Und erst voll. Vergiss das Obsidian bitte nicht. Ich kann da nicht viel vergessen, weil, äh, ich hab mein tragbares Tablet. Ach so. Oh, und dann. Moment, ich muss nochmal kurz alt tappen. Äh, end. Da will ich hin. Boop. Oh ja, ich warte hier schon. Weißt du, was ich auch witzig finde? Nö. Du sagst, du brauchst Obsidian, aber guck dir mal an, woraus die Pillars außenrum sind. Nein. Ich will den nicht kaputt machen. Okay, können wir anfangen. Nein. Ich soll das Spiel verlassen. Wunderbar. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo. Ich musste mich erst nochmal reconnecten, damit mein Flug funktioniert. Es wird Zeit, dass wir uns nächste Episode mit... Dingens beschäftigen. Adpacks? Moment. Okay. Jetzt ist wieder alles aufgeladen. Äh, mit... Wovon war die Sigil? Äh. Äh. Blood Magic. Nein, die Division Sigil... Division... Division Sigil. Extra Utilities war das. Ach so, die. Okay. Ähm. Da haben wir bestimmt, wenn wir mal anfangen können. Ja, wir können. Wir laufen auch schon. Wo ist das Obsidian? Hab ich zugeworfen. Nee, hab ich nicht bekommen. Doch, hast du. Nein. Ist nicht in meinem Inventar. Hast du deine... Ach, da ist es. Er war... Er war... Ghostblock mäßig verschwunden. Okay, fangen wir an. Also, wir müssen uns in der Nähe von 0,0,0 aufhalten. Äh, das wäre dann hier. Hier ist 0,0,0. Juhu. So, fangen wir an mit dem da. Dann... Obsidian. Das sieht ja fancy aus. Dann Glowstone. So, jetzt wird's tricky. Jetzt brauchen wir nämlich die Pillars. Da einen. Hier Zweierhöhe. Eins. Zweier. Eine Einer. Eine Zweierhöhe. Echt fertig. So. Gigamannblöcke. Da. 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 Und da. Und zum Schluss die Charged. Draconium Ingots. Muss man die jedes Mal wieder chargen oder bleiben die hier? Ähm, das weiß ich gerade nicht. Okay. Damit werden wir fertig. Und jetzt nur noch rechtblick auf den, äh, Stein da unten. Hau rein. Ich wollte hier eigentlich die Irre lassen. Du hast auch die Arbeit gemacht, also hau rein. Funktioniert nicht. Doch. Oh, ich seh die Partikel wieder nicht. Sieht was? Zumindest geblitzt. Ich mach mal meine Partikel an. Äh. Nö, hier sind keine Partikel-Effekte. Ich rechts klicke auch nochmal. Oh, jetzt hab ich auch so die Disconnect gedrückt. Ich bin ein Held. Bist du wohl. Nö, also hier hat sich nicht so viel getan. Hm. Wanns war doch der Aufbau? Warte, ich guck nochmal nach. Ich hab's auch gerade offen. Achso. Irgendwas falsch gemacht? Äh, halt. Ne, das ist Draconic Shield. Ähm. Ritual of Draconic Blah. Möchte es doch aussehen. Die sind doch charged, oder? Oder sind die ent- Die sind entcharged. Oh, verdammt. Ich weiß, was passiert ist. Was denn? Hast du doppelt gerechtst klickt? Ich hab doppelt gerechtst klickt gemacht. Ich nehm sie mit. Oder willst du? Ne, mach du. Ja. Willst du? Ja. Ja, äh. Mein Fehler. Entschuldigung. Uh. Was denn? Der lädt die über mein... Ach ja, richtig. Darüber lädt er die auch auf. Aber es reicht nicht. Du brauchst 400. Ja. Bis dahin ist dein... Dein Gerät leer. Also zwei sind schon mal wieder voll. Die kann ich dir da lassen. Geh mal runter da. Uh, die haben einen EMC-Wert, die Draconium Blocks. Zack. Okay. Auch die chargt? Ne, die chargt leider nicht. Gut. Ich glaub, ich muss mir jetzt zu Hause erstmal ein Bett platzieren. Hast du... Hast du Draconicohr EMC gegeben? Äh, ne, das hatte, glaub ich, von vornherein. Ne, doch. Wir hatten dem gemeinsam aber ein EMC gegeben. Ach ja, richtig. Deswegen haben auch die Blöcke EMC, weil die eben jetzt EMC haben. Ich glaub, wir hatten denen das Doppelte oder sogar das Dreifache von Diamanten gegeben. Stimmt. Oder das Vierfache? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht wenig. Ja. Dann geh ich mal ein bisschen Draconik das sammeln hier. Am Ende. Oh, ich wollte doch wegen Veinminer gucken, ne? Inwiefern? Wegen Veinminer? Na, wegen dem Aktivieren. Ob man es einmal aktiviert haben muss oder ob der... ob meine Spitzhacke das nicht will. Wahrscheinlich will das eher deine Spitzhacke nicht. Du hast alle Spitzhacken dafür aktiviert. Die meisten zumindest. Nein, aber nicht meine. Wow, wow. Traurig. Jetzt richtig traurig. Das mach ich da einfach mit dem Chapter hin. Jetzt geht das einfacher. Ähm. Bad. Ich muss mir jetzt hier erstmal im Bett sitzen. Ist das schlimm. Du musst mir mal Lack auf die Spitzhacke hauen. Ich cheate jetzt mal. Ja. Äh. Oder auch nicht. Achso, hast du meinen neuen Fancy Hut gesehen? Ja, hab ich. Moment, ich halt gerade noch ein Nickerchen, damit ich in meiner Base respawne. Ich bin nämlich die ganze Zeit immer am World Spawn gespawnt. Weil du dein Bett kaputt gemacht hattest? Ja. Ja. Und dementsprechend musste ich es auch kurz zur Nacht setzen. Äh. Strom. Strom. Oh, ich hab ein Enderman Head bekommen. Okay, der ist voll. Der ist voll. Mal bei Gelegenheit meinen Alchemical Bag ausbessern. Also ausleeren. Vor allem da ist eine ganze Menge Sch... Modder drinne. Modder drin, genau. Schmodder. Das war das, was ich gesucht habe. Schmodder. Hm, weißt du, was gut ist? Ich hatte sogar noch 100 Millionen... Ne, 125 Millionen RF einstecken gehabt. Oh. Warum? Ich hab noch fünf, äh... Volle Vibrant Capacitor Banks im Inventar. Warum? Ist halt so. Ich will für so eine Weile rum. Was du brauchst ist denn, äh... Ein, 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 ein... Wireless Charger. In meiner Base meinst du? Ja. Ja, das kommt dann auch noch. Ich will hier dann von Ender IO auch noch die... Die Electric Lights reinsetzen. Oh ja, die sind auch lustig. Erst recht mit den Electric Charger zusammen. Speziell mit Wireless. Ja. Die dadurch heller leuchten, wenn du ihnen Strom gibst. Ja. Was ist das denn für ein Zeug? Ach. Im End spawnt ja auch Minico-Ohr. Ja. Ich weiß. Enderman, please. Komm her, wenn du was willst. Versuch dein Bestes. Er teleportiert sich weg. Feigesau. Eigentlich müsstest du doch nur auf den Boden hauen, um den Schaden zu machen, oder? Ne. Ne. Funktioniert nicht. Ach, schade. Musst du schon richtig Bärm machen. Guck mal, du kannst die beiden auf einmal töten hier vorne. Wata! Hallo. Hallo. Okay. Warte noch, bevor du anfängst. Zack. Und zack. So. Ich hab ja gehört, dass du mir jede Schallplatte herstellen kannst. Äh, in der Theorie ja. Mhm. Was bräuchtest du denn dafür? Äh. Ich wollte mich ganz kurz gucken. Warum? Brauchst du alle? Ich brauche alle für die, äh, für die Stable Sigil. Ach so, ja. Für die Pseudo-Inversion-Sigil. Ähm. Warte dafür, Creeper-Essenzen. Das sind die XP-Essenzen, ne? Ne. Das sind Creeper-Essenzen, die ich aus Gunpowder herstellen muss. Okay. Äh, okay. Sind wir soweit? Ich denke mal, ja. Fang an. Oder ne, lass mich, lass mich. Okay. Diesmal lass du. Einmal. Hab ich gemacht? Yay! Oh, Partikel. Und Blitze! Wo ist das laut? Ah, jetzt, jetzt, jetzt müssen sie sich gleich, äh, die, äh, die, äh, die, äh... Au! Hab ich gerade geputzt? Ja, guck mal, die Krise alle sind wieder da. Irgendwie hat das ja alle kaputt gemacht. Und jetzt hat das ja alle wieder hingemacht. Wui! Plupp. Ja, ich glaube, er zieht die Energie aus dem, äh, aus den, äh... Ja, tut er. Das sieht aber toll aus. Also der weiß, wie man mit Partikeln umgehen muss, ne? Spannung. Spannung, Spielen, Spaß. Wobei ich ja sagen muss, dass mir die Partikel von... Upsis. Au! Dass mir die Partikel von Formcraft besser gefallen. Au! Gewitzt, der ist doch... Guck mal, die Arme Endermann, die werden auch gewitzt. Warte mal, ich muss den Sound mal runterstellen. Oh, 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 oh. Was passiert? Was passiert? Da oben? Da oben? Da ist er! Uh, klick mal seine. Siehst du seinen, 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 seinen Skin? Ja. Ganz anders. Ja. Willst du? Ich will zumindest einmal draufhauen. Wenn ich ihn einhole. Liegt nicht so schnell. Und jetzt nochmal du. Also du hast ja gesehen, wie viel Schaden ich in etwa gemacht habe. Oh! Das war das Schwert. Mach mal die Kristalle kaputt. Oh. Oh. Meiner, meiner. Nope. Den hinter kriegst du nicht. Au, au. Drache plus. Jetzt kann ich ja doch noch ein bisschen zielen. Oh, hab ich den gerade den Schaden gemacht mit der Explosion? Ja. Es gibt so Nerds, die den Enderdragon... Mit Betten töten, ich weiß. Lass mal die Kristalle... Oh, ich wollte gerade sagen, dass die Kristalle nochmal übrig. Okay, dann lass ich den auf dem hohen Padistel stehen. Jetzt muss er hergeflogen kommen. Na gut, mach ihn tot. Oh, jetzt kommt er auf mich zu. Ja, Drache. Ist das Cheaten, dass wir keinen Schaden kriegen? Ich denke gerade den Geflogen. Wenn der zu mir kommen würde, wäre er jetzt schon tot. Ich brauche noch einen Treffer, dann ist es vorbei. Ja. Ah, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Luftangriff! Er hat mich weggeschubst. Du kannst nicht. Ich bräuchte nur die Movement-Geschichten von... äh, von Botania. Botania, genau. Ja, der gehört mir. Nein. Der hat dich weggeschlagen. Der weicht dir aus, Alex. Ist er gerade durch den Boden geflogen? Ich sehe nicht, wer da ist er. Also, wenn mir sagt er so aus, ob er durch den Boden geflogen wäre. Ich glaube, ich habe den durch meine Shift-Fähigkeit halt einfach runtergedingst. Was ist denn deine Shift-Fähigkeit? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich teste mal was. Alex, wo bist du denn? Er hofft sich zu teleportieren. Ein bisschen Heilung hilft dir jetzt auch nicht. Vielleicht brauche ich auch einfach nur mein Kleinster dafür im Inventar. Äh. Ja, toll. Dabei können wir schon fliegen. Wenn die Sau zu mir kommen würde. Er kommt zu mir. Oh, 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 oh. Almost. Warte. Ich will, ich will, ich will, ich will. Nein. Ja. Oh, jetzt geht die Böse auf das Portal. Ach, guck mal, ein neues Ei. Wo ist denn das Herz hin? Keine Ahnung. Herz? Was stand da gerade im Chat? The heart is temporarily awakened by the dragon's explosions. Death. The explosion of death. Ja, und wo ist das Herz hin? Wo bist denn du? Keine Ahnung, wo das Herz hin ist. Hier wird unser ganzes Ritual kaputt. Guck mal, nur das Obsidian ist noch da. Wo, wo, wo? Ach, da. Also auch der Coe in der Mitte verschwindet. Hm. Äh, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das Herz hin ist. Kann doch nicht sein, dass das Herz weg ist. Du wusstest nicht. Ey, es ist ohne Worte. Du hast es im Inventar. Ich habe es in der Hand, du Idiot. Ich habe nur nicht auf die Hand geguckt. Oh, hast du gerade den Enderman getötet oder ich? Ich habe den Enderman getötet. Willst du das Ei? Früher konnte man ja hier auf... Nee, das geht nicht mehr. Aber das konnte man früher. Warte. Jetzt braucht man einen Pisten. Ja. Ich habe eine für dich. Warte, warte, nein. Hast du eine Fackel für mich? Ich möchte es mal auf einen anderen Weg machen. Warte, ich muss doch irgendwo eine Fackel haben. Ich habe welche. Irgendein Ha... Äh... Ah, nein. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Ich habe dir aus Versehen mein Black Hole Band gegeben. Schmeiß mir das bitte erst zurück. Wo, wo ist meine Spitzhacke? Die hast du in deinem Rucksack. Geh mal auf den Land-Inventarplatz, halte Shift gedrückt und drehe Mausrad. Da passiert nichts. Okay. Weil er Tools switchen kann. Ah. Ins Backpack. Okay, was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte das gerade hier runter. Was anderes probieren. Theoretisch, der Kopf, oder die Fackel, sind ja keine festen Blöcke. Ach so, du meinst, du versuchst die Sandtechnik. Die Gravel. Tag. Wozu braucht man einen Pisten, wenn man eine Fackel hat? Oh. Au. Au. Hör auf. Hör auf. Und tschüss. Yay, achievement got the end. Woo. Woo. So, home sweet home. Ich noch nicht. Haha. Ah, jetzt bin ich zu Hause. Irgendwie sieht das so trist aus. Au. Hör auf, du machst vielleicht noch mein Feld kaputt. Au, ich bin gleich tot. Deswegen versteckst du dich im Wasser. Au, hör auf. Also, wenn du mal Feuer, Wasser oder Erde oder Natur brauchst, sagst Bescheid, ne? Habe ich hier. Bist du denn ein Bändiger? Äh, nein. Das wäre ich ein Luftbändiger, aber ich bin Naturbändiger. Nein, aber ich habe halt hier auch, äh, Rubber, wenn du möchtest. Na, ich hätte nur gerne die, die Platten. Welche Platten? Die Minecraft-Platten. Also Schaltplatten. Ja. Ja, dann muss, brauchen wir Creeper, äh, Creeper-Essenzen, ne? Und dafür brauchst du Gunpowder. Wie viel brauchst du denn? Reichen dir vier Stacks? Äh, acht Stück. Außerdem das, das. Der gehört auch dir. Die da noch. Was war das? Epic Shader Grabback. Aber das hatte ich doch schon mal. Ja, aber das war eins vom River. Jetzt hast du auch eins vom Ender-Dragon. Also das wollte ich jetzt wirklich nicht. Was hast du gemacht? Äh, ein Endblock platziert. Äh. Habe ich jetzt bekommen? Shader. Taken. Level Epic. Can apply to. Minecart, Balloon, Revolver, Railgun, Chemical Thrower und Mining Drill. Also soll ich dir jetzt, äh, die Schallplatten schnell mal züchten? Naja, schnell muss das nicht sein. Kannst du zwischen den Episoden jetzt so machen, weil für mich ist jetzt eh Feierabend. Wir sind schon wieder bei über 40 Minuten. Oha. Ja. Aber jetzt hat man dann auch mal gesehen, wie das hier läuft mit der Wiederbeschwörung. Ja. Ich habe Lootbags im Inventar. Die müsste man mal loswerden. Hör mal gerade mal mein Inventar auf. Also ich schmeiß einfach alles, äh, in mein Lootbag gerade rein, was ich nicht brauche. Was ich das sowieso später aufräumen möchte. Möchtest du vielleicht so eine Kondenser-Chest? Mö. Ich würde dir eine geben. Mö. Ich will eigentlich keinen EMC benutzen. Komplett gar nicht? Nee. Oh. Also nee, komplett gar nicht nicht, aber ich möchte keine, keine Chests haben. Ich möchte ab und zu mal vielleicht ein Item haben. Also wenn ich eine Basis jetzt baue, dann möchte ich das Konkrete haben. Hat der überhaupt einen EMC-Wert? Ja, hat er. Beziehungsweise hatte er früher mal. Der Chisel-Konkrete oder der Railcraft-Konkrete? Der Railcraft-Konkrete. Der sieht besser aus. Äh, wo ist denn der? Immersive Engineering. Chisel, Chisel, Chisel. Wir müssen das Feld leer machen. Railcraft, Block of Concrete. Würdest du nicht die Aufnahme beenden? Nee, der Concrete von Railcraft hat keinen. Nicht, der hatte doch mal. Hat der aber nicht. Ich kann aber welchen setzen, wenn du willst. Ich kann aber meinen, du hatte mal. Weil den hab ich ja immer aus dem Dings gezogen. Aber vielleicht war das mit der alten Version. Ja, definitiv mit der alten Version. Aber gut. Also nicht mit der alten oder mit der neuen Version, mein ich. Kann sein. Okay, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt an, ihr könnt gerne unsere Videos like und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Bar Kate. Bye, Leute. Ciao, Leute.